Hey Leute, wassup? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zur Levelreihe von Ben und Moonboon. Hallo Ben. Hi. Hi. Wir sind immer noch unterwegs hier im Dämmerwald und leveln unsere neuen verbündeten Völkern, die es jetzt gibt hier in WoW. Nicht wahr? Jetzt reiht. Jetzt reiht. So, let's go. And I think we are going to level 23 today. 23, yes. It's my goal to get 23 today. Because I almost have a level up. Yes. Guck mal, die spielen auch Voidelf und Dingens zusammen. Ja, genau wie wir. Aber wir haben alle Mailchars gespielt. Das müssen also Frauen sein, Moonboon. Aber meint, die machen auch eine Levelreihe? Weiß ich nicht. Vielleicht war das ja Hyeres und Michi-Man. Alter, vielleicht sind das einfach nur unsere bösen Zwillinge. Die machen die Videos wie wir, nur in lustig. Blablab. Nice. Ja, an dieser Stelle beenden wir auch die Episode 23 geschafft. Ja, ein Leveler pro Epi reicht. Danke, Geist, fürs Reinschauen. Ja, 23 ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Ist schon fast 110. Also es geht auf jeden Fall schneller als Inis-Rennen. Das kann ich auf jeden Fall mal so sagen. Okay. Boah, Shadow Priest Voidelf. Ist halt auch schick, gell? Cool, hey. Slick. Können wir da noch mal eine abgeben? Die vom Kali, also Kali haben wir abgegeben und einrollt. Das ist halt, das Kult ist halt echt viel hin und her laufende. Sammelt fünf Fäulnisblüten am Friedhof. Ach nee, echt jetzt? Oh Gott, im Himmel. Muni. Da waren wir ja noch gar nicht. Kannst du dich ganz kurz da hinlotsen? Ich weiß nicht, ich kenne den Weg nicht. Ich war aber nicht so oft. Nächstes Mal machen wir das alles in einem Rutsch. Ich kann so clearly now the rain has gone. Ich kann so clearly now the rain has gone. Ich kann so clearly now the rain has gone. Ich kann so all the obstacles in my way. Okay. Wie es halt immer regnet. Immer. Ist wirklich so, ne? Bisschen traurig. Da würde ich auch zum Untoten werden, ne? Boah, ich seh auch eins. Achso, Muni, muss man übrigens Sachen auf dem Boden bluten. Ja, ich seh. Die sind zum Glück, seit Casicalism sind die so ein bisschen umrandet. Ja, ist da echt ne Zeit dann wirklich schlimm, ne? Das macht's mal einfach. Okay. Hier hinten sind noch ganz viele bei mir, falls du noch brauchst. Ich hab alles im Griff, Moni. Bist schon wieder irgendwo anders, gell? Und dann. Okay, fertig. Lass uns mal die komische Nachthelfe in der Mine suchen, die wir noch nie gesehen haben und nicht wissen, dass er da auf uns wartet. Bei dem Trenkhaus. Guck mal, alle hätten uns ruhig aber die Quest vorher schon geben können. Also die Nacht ruhig sagen können. Hör mal, hier. Ihr müsst gleich eh hinkommen, hier habt ihr schon mal die Quest. Ist schon gut, du Eres. Aber bitte keinem verraten, so nach dem Motto. Oh, was passiert hier? Wow, da ist ein Erdhügel, guck mal. Das ist gar nicht die Quest, Muni. Das ist geil. Wenn wir gleich nochmal hier hinkommen, dann rasch ich aus. Vielleicht ist das auch nur so ein Easter Egg oder so. Kann ja auch sein. Ja. Warum bekämpfen sich die Borgen eigentlich hier? Oder sind die am Trainieren? Die trainieren im Reden. Ey, im Regen. Die machen so eine Rambo-Montage, weißt du, für ihren Action-Box-Kampf. Das ist Tekken, oder? Das ist auch nicht Rambo. Das war, glaube ich, Street Fighter. Tekken habe ich nie gespielt. Der ist mir fast Street Fighter. T-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t. Das ist Rambo. Genau. Ach, Muni. Oh, Rambo. Jetzt habe ich Bock Rambo. Rambo number five. T-t-t-t. Wie hast du gesagt Rambo number five? So viel zu dem Thema unsere bösen Zwillinge nur in lustig. Ja. Das ist die eine Stelle aus dem Fantasie-Lied von Sammy Deluxe. Ich will mit Jean Grey Tango tanzen, doch sie will mit Rambo tanzen. Genau dasselbe Scheiße. Ich gehe erst ins Gasthaus. Yes. Hey, warum? Warum hämmert du jetzt das Gasthaus kaputt? War ich da schon wieder? Ich gucke mich mal an. Guck mich mal an. Ja, ich sehe das. Ekelhaft. Wie das mich an. Ich war gerade in Borgen. Ja, du hättest mich an. Jetzt bin ich kein Borgen mehr. Bin ich wieder. Wie das ist eine Lichtse-Weltraum-Goat? Das war ein Esel. Guck mal, jetzt noch ein Void-Elf-Mage. Aber der spielt vor. Was ist der für einen coolen Stab? Wo? Ich gehe halt vor dem Gasthaus da. Alter, ist das eigentlich hin und her gelaufen hier gerade? Das ist so ein Joke. Oh ja, ist schon, gell? Schon, gell? Halt, dann müssen wir noch weiter hoch. Ja, eben. Und dann müssen wir wieder zurück. Dann müssen wir noch weiter hoch. Ja, aber erst mal die hier abgeben jetzt. Vielleicht kriegen wir gleich eine Quest, wo wir ja nach oben müssen. Yes, das ist Maria und Josef. Du, das ist ja eine Lauferei. Hättet das gewusst, wäre ein Stein-Krallen-Gebirge gegangen, du. Das wäre schwer eigentlich ein schönes Loch. Ja, Stein-Krallen-Gebirge kannst du auf jeden Fall nicht dieses Problem mit dem Quest, doppelt, also Quest-Gebiete doppelt machen. Das ist jetzt aber richtig, gell. Voll schreckt, ja. Oh, wir müssen, oh. Halt, stopp, mach das nicht ohne mich. Mach doch überhaupt gar nichts, Guni. Das ist, das ist, das ist, das ist Main-Progress in der Storyline hier. Ich weiß, ich weiß. Das ist das Anwesen der Dunstmantels, wo du gerade bist, gell? Ich weiß. Oh, das ist so cool, Alter. Die Story ist so schön hier. Die ist eh so schön. Leute, ihr müsst ja unbedingt questen, wenn ihr noch nie gequestet habt. Aber ich glaube, irgendjemand, äh, irgendwie hat jeder schon mal hier gequestet, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Hallo? Hallo, Ritze. Hallo. Ich benutze für den meine Fähigkeit, okay? Das Licht wird ihn erschlagen. Mach mal bitte. Hatte halt 5.000 HP. Ja, das Licht wird ihn erschlagen. Oh, da ist der Finger. Komm schon, Stylebahn. Komm schon. Ich hoffe, dass ich nach meinem Zahnarzt nicht so aussehe wie der. Oh, das können wir hinkommen. Oh mein Gott. Zahnarzt, das ist eine Sofenebett. Lass die mal kämpfen, lass die mal kämpfen. Ähm, sorry. Oh, Muni. Krantaspell. Alter. Du reagierst, ich tue mich mal Toxine, Leute. Boah, Outlet haben wir den gekickt. Das ist ein Fluch. Er hat sein Geheimnis offenbart. Er ist ein Warg. Guck. Jetzt läuft er davon, weil er sich schämt. Nein. Wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Tobias. Tobias. Geh nicht weg, Tobias. He's gone. Ich hab das Gefühl, wir sehen ihn nochmal. Armer Tobias. Tobias. Nein, nicht den Arminor-Orwurm. Theodor. Das Theodor Arminor gefällt mir immer noch am besten. Da bin ich bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Ach ja. Der Pädobeer wie in der Grund, wie er um die Ecke lunzt. Pädobeer. Ecke lunzt. Pädobeer. Es levelen echt viele Leute gerade. Bin begeistert. Ja, die wollen das alle, ne? Die wollen alle hier denn shit. Hallo, Tobi. Oh, wir kriegen Schuld an. Sprech mein Leering fest. Hast du schon einen Transmacht bekommen, was du noch nicht hatte? Bitte was? Hast du schon einen Transmacht bekommen, was du noch nicht hatte? Nee. Ihr Ahnett. Guck, jetzt müssen wir da an das andere Quest-Up nachher. Ja. Und dann kriegen wir noch mehr Ogre-Quests. Ja. Tötet Ogre. Nö. Guck mal, noch einen Void-Elf. Alle spielen zu Void-Elf. Ja, Void-Elf sexy. Die Allianz hat so lange auf hübsche Elfen gewartet. Nach der Elfen zählen nicht, weil die sind ein ugliges Fuck. Alle machen Frontflips beim Hüpfen. Bring Calvinius Kiste zu Calvinius. Okay. Das macht Sinn. Oh, Void-Elphanta. Oh, mit der grünen Ingi-Brille. Wo haben wir nur einen coolen Pad vor allem. Das ist echt schön, das Pad, wo die Handlers dabei haben. Ach, generell auch die, auch die, die, wie heißen die im Deutschen? Mannersüchtigen, Nachtsüchtigen. Die haben auch voll das coole Pad. Und High Mountain Tauren haben einfach einen fucking Adler. Cool ist das denn, bitte. Adler. Das ist so schön. High Mountain Tauren haben, Adler. Das ist schön. Wie wir immer noch unsere Pads in uns herziehen. Dass die noch nicht verschwunden sind. Irgendwie cool. Bei mir ist es ja kein Pad. Mein Streiter ist einfach nur so schnell, dass er einfach so eine schwarze Wolke hinter sich lässt. Liegt doch nett. Siehst du das eigentlich? Siehst du diese schwarze Wolke? Ja, ich sehe es doch. Ich habe es doch gerade schon angeklickt. Ja, sorry. Kann ich nicht sehen, was du anklickst. Da, ich habe es. Ruheloser Düsterling. Düsterling. Angeklickt habe ich doch Düsterling. Kannst du dir vorstellen, Moni, dass wir eigentlich hier laufen müssten? Oh, classic, hä? Theoretisch. Komm, wir machen das mal. Komm, wir laufen mal. Da haben wir auf jeden Fall eine ganze Folge voll. Eine EP. Eine EP nur laufen. Das ist hier nicht Projekt 60, okay? Ja, okay, okay. Tut mir leid. Was sei aus dem Projekt 60 geworden auf Twitch, was alle gemacht haben? Nach einer Woche war es langweilig. Ja, irgendwie komisch, ne? Ist nicht so toll, als ich es irgendwie gesagt hätte, dass das nach einer Woche e-floppen wird. Ja, das war klar. Das war klar, Ben. Das war vorhersehbar, ne? Vorhersehbar? Ja. Ich sehe nicht sogar irgendwo einer. Ein Vorhersehbar? Rechts kommt dann irgendwo ein Vorhersehbär. Aber ganz unvorhergesehen. Ja, rechts kommt hier mal, war man, gibt es so classic, voller große Babo-Drache. So ein Weltmast-Drache. Ja, in seinem Ding da halt, beim Baum. Beim Baum. Hast du auch irgendwie Bug, dass wenn du Quests abgibst und die neue Quests haben ja jetzt einen, dass du die nicht irgendwie annehmen kannst? Ja. Dass du das raustappen musst quasi? Ja. Okay, wo fangen wir an? So viele Quests. Fangen wir erst östlich an? Ja, lass uns östlich anfangen. Östlich. Anhele, Anhele. Hallo, ich rede mit dir. Was denn? Blicksch, Anhele. Östlich. Blicksch. Blicksch. Wie Blicksch. Verstehst? Ja. Letztand. Boah, da machst du ein Damage, ey. Meinst du, dass... Können wir mal, kannst du mal kurz kein Damage machen, bitte? Okay, warte mal, jetzt ist egal. Ich will mal viele Mobs pullen. Oh. Das war es gerade fast nur du, Muni. Ich habe da nicht viel gemacht. Keine Sorge. Ich will mal, ja, wir haben nicht mehr genug jetzt hier. Ist egal jetzt gerade. Ich probiere es dann anders. Okay. Ich will mal meinen Racial in viele Mobs reinhauen und gucken, ob der an jedem 1500 macht oder ob der Damage abfällt. Ich glaube, er wird sich aufteilen auf alle. Oh, leh. Lurking. Hat er dich gerade ausgenockt? Ja, hat er. Schweine, war keine. Nee, zu Recht. Ich finde immer den Acker. Guck dir mal die Textur an von dem Acker. Wenn du von oben drauf guckst oder so ein bisschen seitlich, sieht es voll realistisch aus. Ja, und wenn du rein scrollst, denkst du dir so, Lull. Oder wenn du einfach so von der Seite, weißt du, wenn du dann die Cam auf den Boden machst, dann denkst du, okay. Doch nicht so HD, wie man dachte. Ach, wie mit guter Grafik, das wäre es, oder? Gute Texturen. Grafik ist ja gut, die Texturen sind einfach ein paar nicht sehr veraltet. Das haben wir erst jetzt unser Thema beim Thema Transmunk. Wie eklig. Wie eklig manche Sachen aussehen. Get set, Alter, level up. Get set, Alter. Dungeon freigeschaltet, Gnome Regan. Ich habe halt noch kein Item bekommen, was irgendwie ein Upgrade wäre bisher. Jetzt fass mal auf, ich pull mal hier. Ich pull mal die Ogras. Ja, mach, mach, mach. Pull mal die Ogras. Und da hinten noch welche? So, fünf Ogras. Fähigkeit, activate. Oh, da. Oh, mein Gott. Alter, Schwede. Oh, mein Gott. Also, ich würde behaupten, beim Leveln sind die Ziegen ein bisschen OP. Oh, mein Gott. Ein bisschen. Holy shit. Mach bloß die Welt nicht kaputt, ne? Nächster Kataklöse und incoming. Mach bloß die Welt nicht kaputt. Holy shit. Alter, das kann ich doch nicht bringen. Ist echt ein bisschen broken, ne? Müssen wir die looten auch oder nur töten? Nur töten. Ja, das war schon ziemlich beeindruckend. Ich bin ja ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das hat sich extrem geil angefühlt. Weil das sich ja erst so ein bisschen auflädt, die drei Sekunden und so vom Himmel kommt. Und dann... Das ist nur so wie Tyrael, ne? Mit seinem Schild. Mein Gott. Oh, wenn ich mal ein schönes Transmong habe mit dem auf 110. Holy fuck. Oh, das ist was. Aber mal gespannt, wie stark es noch ist, wenn es auf Max-Double ist, ne? Ja, schon. Ich meine, den drei Minuten Cooldown hat's, ne? 2,5 Minuten. Oh, lol. Deu, der macht Bladestorm. What the fuck? Ich glaube, ich bin ein Real-Life-Oger. Mhm. Oder IRL. Wir müssen doch da rein jetzt. Ja. Hä? Ach, die Key steht jetzt für mich nicht gezählt, oder was? Hört sich nicht. Ja, das sieht nicht so aus. Ach, Bonbon, ey. Bonbon, Bon. Bau du mal deinen Shit ab, hier, wenn ich regeln lasse. Tsch, 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 tsch. Das, ähm, ist, also, das ist mir ja relativ egal. Ja, aber wenn ich nachher zwei Level vor dir bin, oder so, und ich dann schon in die neue Welt kann. Das macht doch nichts, weil wir eh in der Level-Range sind, weißt du? Ja, aber wenn ich 60 bin, du bist noch 58. Oh mein Gott. Außerdem, wenn wir in ein Gebiet gehen, wo wir mal Dämonen töten müssen, gleicht sich das aus, weil ich 20% mehr EP kriege durch Dämonen. Ja, wir gehen aber nicht in BC-Level, Moni. Oder? Geben wir in BC-Level oder geben wir WOTL-K-Level? Ich will unbedingt WOTL-K-Level. Ja, gut. Ich kann das nicht so schnell aussprechen. Ich muss immer im Kopf überlegen, wie die WOTL heißen. Ja, ich will unbedingt Heulender Fjord, weil Tundra ist so oft und Fjord habe ich eigentlich nie viel. Schlauzerbecken ist so schön. Oh ja, das will ich auch. Da habe ich auch noch nie richtig gelevelt, nur ein bisschen. Echt nicht, das ist der will ich jedes Mal, auch wenn ich nur Instanzen gehabt bin, ich immer ab 78 oder 77. Ich bin immer in Schul-Asa arbeiten gegangen oder zu leveln. Weil die ist quasi so schön. Die ist quasi so schön. Wir nehmen kurz ein bisschen Grades-XP mit, okay? Ja. Ja, lasse ich das halt an und wenn wir dann mal so weit sind, dann werden wir halt einfach trotzdem zu Ende mit deinem Gebiet. Dann kriege ich ja trotzdem noch ein bisschen Epi. Das ist eigentlich nicht so viel, aber... Ameno. Wie lang der Tooltip ist durch das lichtgeschmiedete Tränei-Paladin-Allianz. Heißt das, oder? Ja? Heißt das, oder? So. Wenn ich mit der Maus... Voll putiful. So putiful, it's true. Okay. Ein guter Zeitpunkt, würde ich sagen, um die Epi zu beenden. Ja. Hier steht sich's gut, gell? Das ist richtig. Das ist richtig. Guys, wenn euch dieses Level-Projekt wieder gefallen hat, bitte bewertet das Video positiv, schreibt ein paar Kommentare und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni. Ich bin der Ben. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.